Hi, ich bin Katja. Angefangen habe ich als Telefonistin und heute arbeite ich als Support Center Manager bei der Spectras GmbH. Cool finde ich, dass ich die Zeit flexibel einteilen kann und durch die zentrale Lage schnell am Ort bin. Besonders wichtig ist mir, dass wir keinen Verkauf machen, sondern Kunden zu ihrer Zufriedenheit befragen. Wenn wir richtig Bock hast, Teil unseres Teams zu werden, dann klicke hier.